Die Berliner Verwaltung, die Verwaltungsspitzen, Senat, Bezirke setzen sich zusammen und machen so etwas wie Manöverkritik. Also wir gucken uns an, was funktioniert in Berlin, was funktioniert nicht in Berlin. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und Strukturen und Haltungen sind oft noch aus den 20er Jahren. Wir haben uns die Themen durchgesehen, wir haben uns einige zu eigen gemacht, wir haben neue Themen formuliert und haben jetzt Projektstückbriefe zu Einzelprojekten, mit denen wir die Berliner Verwaltung im Bereich Personal und Führung, im Bereich Steuerung und Prozesse und im Bereich Struktur und Digitales tatsächlich modernisieren möchten. Es muss unser gemeinsamer Anspruch sein, wirklich Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger zu sein, für die, die schon da sind und für die, die noch kommen werden. Also Berlin hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass wir in die Modernisierung reingehen. Und wir gucken uns an, wie wir das hinkriegen können.